okay wir waren jetzt wieder hier irgendwo kann man den körper und das will ich mal gar nicht wissen Oh, mal kein Sound. Dann wollen wir mal zu Franklin. Wie doch Verfolgungsscheiße. Naja, zu Fuß folgen fährt schon mehr. Naja. Naja. Okay. 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 Naja. Zum Glück gibt es vier, äh, zwei Fahrstühle. Vier uns. Vier uns! Ich hab doch mal was aus der vier gemacht. Hübbel. Kann ich nur mit Helm rumlaufen? Das geht ja ja nicht. Ich bringe den Architekten dazu die Ökentasche rauszurücken, okay. Das war's schon. Oh fuck. Fuck ich kann... Wo sind die Scheiße Akten da jetzt hin? Schade. Kann ich jetzt hier nicht ganz cool als ein Fenster springen? Selbstverständlich nicht. Habe ich jetzt die Akten da schon noch? Irgendwas hier jetzt weg. Hm. Kann ich doch jetzt machen. Ich hab keinen Fallschirm mit. Boah, Alter. Wrangling ist tot. Na ja, ich dachte ich hab nen Fallschirm. Ich hab doch eigentlich immer nen Fallschirm. Oh. Oh. Oh, look. It's the great RT. Study him and study him hard. I was gonna wipe my ass on him. That's the engineer's plan. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. Ich hab doch schon die Akten da schon in Hand, oder? Äh, ich hab doch schon die Akten da schon in Hand, oder? Das hab ich ihn jetzt verloren. Das hab ich gar nicht verloren. Help, help. And someone help me. Ich hab... Get him away from me. Protect me. Ich hab... Mission fehl geschlagen. Oh. Oh, look. It's the great RT. Study him and study him hard. I was gonna wipe my ass on him. That's the engineer's plan. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. I was gonna wipe my ass off. 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 jetzt in der Plan Arnaudio Arnaud 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 Personal die Skala Nein auch Nein U U U Gründer nicht das so wie der Worte okay ich werde zu überflichten weil es geht ja nicht anders kann gerade nicht schlagen tschüss ich kann den Akku nicht schlagen wenn ich schlage oder schieße ist der Akku weg und ich freu den Akku wow ich werde verfolgt Hilfe lasst mir doch mal den Aktenkoffer meiner lass mich muss ich auch mal ein Auto rumstehen oder so Hallo Flüchtigen oh jetzt schießen die schießen die warum schießen die so bei hey ich klein gewollt der Aufgang Hallo hey hey warum schießen die denn jetzt ich werde das jetzt ganz versuchen ganz simpel zu lösen ich habe mir jetzt eine Idee waaah müsste eigentlich funktionieren ähm selbstverständlich nicht warum soll da auch mal meine Idee klappen warum gibt es denn hier ich bin 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 oder bringen das was nein ich habe mich sozusagen damit gefangen war da war da war da war da war da bin ich hier voll die falsche seite und auch mal manchmal mensch kann man nicht machen da brauchst du viel knacken so ein nur ein schlag abbekommen nur einen einzigen schlag abkommen das geht schon passt schon ist schon alles okay ist okay so der mann überhaupt nachts auf der baustelle das so kratzen und den nachdem ist ein okay da Oh no. Makers should not. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Hey, Lester, was hast du? Ich weiß noch nicht. Gib mir einen Moment. Ich bin kein Computer. Oh. Oh. Oh, vielleicht bin ich. Hier ist das, was ich denke. Wir haben zwei Optionen. Die neue Sicherheitssysteme geht in den Containment-Mode, im Fall von Emergenzieren, du weißt, Erdbeben, Böden, Achtes von Gott. Also, wir können ein paar Feuerbomben, wenn sie BANG, der Erdbeben kommt, wir ihn, wir sind als Feuer, und dann holen wir den Containment-Driven. Oder wir können hacken das System auf der Seite. Wir gehen in, äh, mit der Luft. Ich hoffe, wir nicht zu viel Ressistenz zu viel. Das klingt relaxant. Either die Bombe in der Office durch die Verteidigung von Korrupten Psychos oder um eine der Welt's größten Sicherheitssysteme zu benutzen, mit unseren arbeitenden Ninja-Skills. Ja. Einig, 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 einig. Na, ich wäre jetzt aber schön dafür, dass wir... Wenn du die Feuerbomben-Kontainment-Driven-Optionen dann gehst du mit dem Janitor's-ID, die du abgeholt hast. Es wird nach Nacht, wenn die meisten der Arbeitern weg sind. Du moppst das Ort und plantst die Bombe, wo wir sie brauchen. Geräusch? Ich habe eine Mopp? Ja, ja, du wirklich machst. Sie werden dich auf die Kameras wenn du... Play-Aktin. Du brauchst auch eine Feuerbomben-Kontainstelle wenn die Bombe sind, und ein Auto-Kontainstelle in ein ganzes Ort neben dem Büro, so du kannst den Auto-Kontainstelle und rauskommen. Die Auto-Kontainstelle muss nicht sein. Was ist das andere? Mit den, äh, NINJA-Skills? Du hast das Reise nicht benutzt, die Anwärmung, aber wir haben die Bases zu verabschieden. Deine FIB-Paymasters werden dir mit einem Schraub und einem Pilot. Du fliehst weit über die Gebäude, parachutierst, und verhältst du durch den Knochen. Du musst dich mit den Teeten in der Falle die Böden Moppen oder Parachutieren? Wow, du machst diese Wahl wirklich schwierig. klingt biß. Ja, also, ich meine, das eine klingt so cool. Aber ich würde schön sagen mit einer Feuerwehr, das klingt irgendwie... Fingere mit 40% das ist zu viel... wo ich eigentlich auch Gesundheit er trifft er hatte gesund nähe der mit zwölf Prozent ist viel besser alt okay der hat Waffenauswahl mehr oder andere ich glaube ich nehme den ich stehe mit zwölf hat Gesundheit mehr er hat mehr Treff genau ich kann er hat mehr Feuerrat hat und es gibt keine große Waffenauswahl ich nehme den ich habe ein gutes Gefühl über ihn noch ein Schütze ich habe viel mehr Skill hier ich weiß nicht was er denn schon über das Viertelstück abgeben würde nicht 7 nehmen nee 20 Prozent ne 18 Prozent ich habe gewonnen ich weiß nicht ich kann mich gar nicht entscheiden aber komm ein guter oder ein schlechter oder so hier läuft es besser ab ach komm scheiße das Moda er ist ein Pro nicht mehr zu sagen das ist ein das ist ein protecting fädelische Wälder sind Sie sicherlich sicher wie Sie es wollen es wollen es wollen es wollen ich glaube ich würde es machen Bewegung links ich es aber heißt ich da er möchte ich Gott ich er erlebte mal nix gemerkt habe ich das durch die ganze zeit michael franklin das ist ja wahrscheinlich schon für diese planung ist ein flucht vor zeug vor der lech wir brauchen ein feuerwehrauto von 1.000 notwuch vor okay das soll jetzt nicht das ding sein das soll jetzt nicht das problem sind habe ich ziel 4 ich kann ja auch ein kanister vergehen kein problem sein Prozent er wird sagen wir gehen trotzdem zu einem immer noch vorbereiten das die so zu erinnern sich als Fluchtwahrzeug platzieren ist an einem abgelegenen Ort wähle fluchtpunkt markieren mit den fingern ist auf und keine röfung dazu das schnell die englische ein bisschen den schleudern aber das mag mal noch gehen ja ein grüßer ich schaue was da so lösens nicht eingegangen zuhause ja 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 Nein, sie ist nicht. Sie ist faszinierend. Ich meine, all dieses mesmerzende, tantric sexe sie hat mit einem viel jünger, besser-built, künstler und kompassionanten Mann ist großartig und alles. Aber was wird sie für die anderen sechs Stunden? Was ist die fuck? Ich bin nur auf dich schlafen, du miserabel wunderschön. Sie ist schuldig. Sie ist schuldig, dass du sterben und sie will, dass du da gehst und du da gehst. Okay, okay, okay! Hey! I can take a fucking hit! Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Mom said she was at Bean Machine. So! What's been happening? You know, I don't know stuff. No, I don't know. Well, what's been happening with you? Uh, thanks. It's been, it's... It's anyone's guess. Yeah. Yeah, I get it. You were out of the city? Sure, you guys were gone, so I thought I'd, you know... Let's maybe not pretend it was anything to do with us. Those beast hispanic dudes with automatic weapons and blacked out windows. They kind of made me think it was an involuntary exodus. Yeah. Okay. That'll work. Hmm. There they are, outside. Come on, let's say hi. Let's walk up and be civil. Caffeine. Come on. Your colon has been sluggish for weeks. A little bit less lifestyle guru and a little bit... Excuse me. I'm trying to write a screen pen here. Shush, woman! Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hey, Mom. Hi, Jimmy. These two, a picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey! That's my son! Amanda, come. I have a new unitard on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart? W-w-w-what are you going to say? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Was he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. I want it. I'm meanin' to say, dude. Look, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. Someone say... Shut up! I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Yoga? No. No yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat-flavored beverage I want? Another time. Come on. I want one, too. Later. I think Tracy's over at the tattoo parlor. Okay.